hey freunde willkommen zum nächsten test wir haben heute hier die professional professionell professional von classic mit 64 schuss sie hat kaliber 20 und 25 millimeter und fast 500 gramm preislich ungefähr 30 euro 30 bis 40 da sage ich jetzt mal genau spannende weiß ich gerade nicht trotzdem wollen wir sagen schauen wir uns mal an was die so kann und dann sind wir uns gleich draußen zur zündung so jetzt haben wir die professional f3 vorgestellt habe ich euch schon und da würde ich sagen let's go so so Das war's. Das war's. Ja, hat was mit schöner Steigerung. Also, mir hat's sich fein. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Video.